Stell dir vor, du könntest deine Emotionen allein durch einen Wechsel deiner Überzeugungen verändern. Fasziniert? Lass uns eintauchen. Emotionen. Sie können unsere größten Verbündeten oder unsere härtesten Widersacher sein. Wie wir uns fühlen, kann unseren Tag bestimmen, unsere Beziehungen beeinflussen und sogar unser gesamtes Leben prägen. Aber was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass du deine Emotionen tatsächlich meistern kannst, indem du deine Überzeugungen änderst? Genau hier kommt die Technik des Belief Encoding ins Spiel. Das ist keine Zauberei, aber es könnte sich so anfühlen. Belief Encoding hilft dir dabei, die Überzeugungen umzuformen, die emotionale Reaktionen auslösen. Wenn du zum Beispiel glaubst, dass Reden in der Öffentlichkeit furchterregend ist, wirst du dich zwangsläufig ängstlich fühlen. Wenn du diese Überzeugung jedoch verschiebst und das öffentliche Reden als eine spannende Gelegenheit siehst, dein Wissen zu teilen, könnte sich deine Angst in Aufregung verwandeln. Es dreht sich alles um die Perspektive. Indem du die Linse, durch die du Situationen betrachtest, anpasst, kannst du deine Emotionen effektiv regulieren. Das hilft nicht nur negative Emotionen zu reduzieren, sondern steigert auch dein allgemeines Wohlbefinden. Stell dir vor, du fühlst dich gestärkt, ruhig und positiv. Einfach, weil du gesündere Überzeugungen in dir verankert hast. Wenn du dich also das nächste Mal von deinen Emotionen überwältigt fühlst, erinnere dich daran. Eine kleine Veränderung deiner Überzeugungen könnte dich zu einem ausgeglicheneren und freudvolleren Leben führen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.